Also König kann sich beamen. Komm mit, ich weiß wo er ist. Komm mit! Hier hinten! Hier hinten! Du hast dort hinten Schwerter und ein Stück Rüstung drinne. Wir müssen ja wieder ganz runter umgehen. Da wo das ganze Fressalien liegt, dort liegt es unser Zeug. Letzter Versuch. Oh! Versuch! Wie letzter Versuch? Dann gibt es eine neue Taktik. Erstmal das Zeug zurück, da waren wir unsere Sperr... ...sch... äh... Schwerer... ...schwerer... Wer? Die Schwerer... Wer da? Ich bin ja die. Ich hatte die extra zugemacht, weil ich dachte, dass das Ausschloch bleibt draußen. ...eine Etage hoch muss er sein. Mit unserem ganzen Zeug. Ne ist er nicht, aber unser Zeug ist da. Wo denn? Warte... ...so, hier, das war... ...äh... ...du hattest... äh, was hattest du? Hm... ...müssen aufpassen, dass der nicht irgendwo eine Idee rumlauert. Pfeilen und Bogen... ...äh... ...habe ich nie dabei. Kann der das geben? Kann der das geben? Kann der das geben? Das... ...das kann ich denn geben? Brauchst du Nahrung? Oh, das war nicht schlecht. Oh, Katana... Ohhhh... 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 ...yeah... ...ja... Das kommt cool. Äh... ...es... alles denn... ...sperr auf Sicherheitshalber. Bitte? Ne... ...mir fehlen auch ein paar Hosen für mehr. Also... ...nie wundern. Mir fehlt auch noch einiges. Hab keine Hosen wären. Ja, das kann sein, dass das hier abhandengekommen ist. Ja... ...ja, nimmst du dir hin. Hier hast du noch einen Heiltrank draußen? Weiß er nicht. Okay. Wie gesagt, das Aufloch beamt sich überall hin. Mit der rechten Maustaste kannst du beim Heilungsstab dich selber heilen. Mhm. Aber der ladet halt ne Weile auf. Du wolltest ja diese Heilsteibe haben. Ja... ...da gibt... ...da fehlen jetzt noch zwei. Ich will diesen Blitzstab unbedingt haben. Also... ...oder dieses Explosionsding. Kennst du mit deinem Giftding? Nicht den Typen vergiften... Pass auf... Er ist hier in der Nähe. Wir müssen abhauen. Weg, weg, weg. Runter, runter. Ja... Da fehlen jetzt bloß noch zwei Stäbe. Kommst du mal hierher? Gut. Jetzt gehen wir aber schnell weg. Das war... Das war mein Zweig. Das war's in der Ecke lag. Okay. Du hast meine Level aufgesammelt. Boah, 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 boah. Weiß du sehr. Ey, wieviel Level haben wir hier gelassen? Wieviel wir bekommen haben. Da draußen ist der König. Da draußen ist der König. Hör auf, den anzulocken! Ey, warte mal. Toll. Wirkt ihn nie, wa? Zieht denn das überhaupt was ab? Der ist doch gar nicht da. Achso. Kann ich das mal an dir probieren? Nein. Du bist doch voll. Nein. Hier, ich geb dir deine Rüstung, was von dir war. Oder hast du Platz? Hm, ja, bloß noch Viere. Ja, die ganze musst du dir anziehen. Ja, gib mal. War noch was? Grob, jetzt sehe ich hier nichts dazu, was das sein könnte. Sind ein paar Klamotten, aber ich glaub nie, dass das ein Schneeball ist. Kannst du ja haben. Ja. 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 Für Dirk. Achso. Kann er Baumwolle pflücken? Nein. Doch, der alte Baumwolle pflücker. Mach ich euch geschenkt. So. Ja. Wo bist du denn du? Ja, ich hab nen König gefunden, der ist hier drinne. Was, der ist immer noch nie tot. Alter, den kannst du nie kicken. Der Bastard, kannst du nie um ihn, ne? Oder wollen wir doch mal safe uns hier bet? Warte mal, da würde ich mich aber hier erstmal entleeren. Ich hab mich jetzt auch kurz mal gesaved. Ja, warte, ich noch nicht. Ja, ich muss mich auch mal. So, er bleibt hier, das bleibt hier, das bleibt hier, das, das und das bleibt hier, das bleibt hier, das bleibt hier, äh ne, du kommst mit. Nee, du nie. Du kommst mit. So, Bett. Oh Gott. Kaffee getrunken, Mutter mal jetzt. Warte mal kurz. Oh Gott. Also, ich habe den Hellstab, ich habe, ich habe meinen Feuerstab, ich habe meinen Katana, ich habe den Giftstab, hab ich jetzt. Oh Gott. Komm, wir hauen ihn auf die Fresse. Ich hab, ich hab, warte mal, ich will noch Pfeil und Bogen mitnehmen. Ich will ihn gleich auf die Fresse, aber nachher geht der wieder zurück. Ist ja okay, ich bin ja schon wieder da. Ich hör den schon. Der ist hier drinne. Ich bin hin. Hier drinne, an den Treppen hängt er. Hier. So, Rick. Hä? Was denn? Lässt er mich jetzt schon als Stich? Hier drinne ist er, wie gesagt. An den Treppen hängt er, siehst du da? Ja. Mal an. Kannst du nur durch die Fenster kraftlich machen. Oder so. Hauptsache, mach's. Ich krieg Schaden irgendwo. Na woher denn? Wieso denn? Wieso denn? Ich krieg irgendwoher Schaden. Den kriegen wir, den kriegen wir. Nicht mit mehr. Ich bin tot. Ich komm wieder. Ich komm wieder. Ich komm wieder. Ich muss mich heilen. Hau du weiter ein. Ich weiß aber, wie viel Leben der hat. 98. 93. 80. 70. 60. 60. 50. 30. 20. Kick. Tot. Ja. Unse Beug. Warte. Bauchklatscher. 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 Üblich. Komm, ihr Genz und Dirkzei in der komischen Bude runter. Wir müssen da mal unsere Erfahrungspunkte speichern. Und alles. ja und ich hab 16 ich kann ich kann dir aber keine diamant blockhammer ich bin voll aber ich kann mich nicht heilen ich krieg schaden ich kriege schaden aber woher denn hast du dich selber vergiftet oder so bist du denn zieht doch nicht ab oder doch sieht was ab verflucht ich hab das walker schwert warte mal ich hier was hast du walker schwert ne komm mal her hier hast du einen heiltrank probieren wir mal einen heiltrank zu trinken ob das hilft ich hab keinen jetzt oder ein paar apple das sind gesund ne jetzt zieht immer noch was ab ach ich war ja ich war ja auch hungrig ich war ja auch total ohne essen ich war ja auch total ohne essen lassen wir erstmal noch drinnen das zeug hier ja ich muss mich auch schon voll fressen also musst du warten ne lassen wir sowieso noch drinnen das zeug wir gucken noch bissel um wir haben sowieso noch paar gegner hier überall wenn du willst kannst du ja zu mir kommen da gehen wir nämlich zum zirk und tun erstmal dritte äh pressen mit abgeben wo bist du warte halt geh nochmal ins haus rein wir nehmen bisschen was zum essen mit du führst dirk leider vor uns ich bin hier unten im haus nur ich bin okay Leute ich bin okay Leute ich bin nicht aus ey Sven guck ich mal gleich hab ich was vor mir warte warte schneeball will er ja nie braucht ihr dynamit ne ich nehme einen enderman rein wenn der pferde braucht okay los Matthias wo bist du Matthias ich bin hier hier ach ich hab das mal ganz schön jihih alter was ist denn das was ist denn das was ist denn das Das ist das Ender-Gelumpe, ey, hier, das Königs-Gelumpe. Achso, hast du das eingesammelt? Das ist geil. Das war jetzt Zufall, wo ich das gefunden hab. Also diesen Trick rausgefunden hab. Das Königs-Gelumpe, wir haben ja keine Königs-Gelumpe. Also, der hat doch nichts feingelassen, ich hab nichts gesehen. Na, guck doch mal an, was ich in der Hand hab. Guck mal her. Ey, du, bei mir hat es so einen kleinen Grafikfehler. Ich hab doch das Schwert in der Hand, oder? Ja, ein Schwert hast du in der Hand. Und jetzt? Immer noch. Und was hab ich in der linken Hand? Ich seh's doch nie. Das ist das Schild von den Königs. Ach, das Schild hat, ne, gut, dass du ein Schild hast, seh ich ja nie. Und? Los, komm, wir gehen zum Matthias-Dirk runter. Ich kann jetzt fliegen damit. Könnt ich eigentlich praktischerweise. Ey, wollen wir nicht ganz hoch gehen nochmal? Ne, wir gehen runter zum Dirk. Ja, wo bist du langgegangen, Sven? Ein Haupteingang? Ach da. Lass mal offen. Ich bin, ich bin King Ralf. Oh. Oben müsste der Dottel stehen, ne? Oder ist das jetzt eine andere Seite? Das ist ein Schnellfox. Ruhig. Warte mal, ich such gerade. Ich glaube, wir sind auf der falschen Seite. Bin ich mir auch gerade am Überlängen, oder? Ich glaube auch. Oben dort lang, Dottel. Oh, in der ist da oben. Hier lang. Dann hier, dann greif mal an. Geil. Wartest du mal? Wartest du mal, Sven? Ja, ich warte. Wieso, was ist los? Ich bin tot. Aha. Das ist dieser Walkerschwert. Du wurdest lebendig gegraben. Was sagst du? Du wurdest lebendig gegraben. Ja. Der hat doch gegen die Wand gerannt, bestimmt. Nee, ich hab mich reingebackt. Ich hab mich rein teleportiert. Schon klar. Gegen die Wand gelaufen. Gibt das her? Ja, ja. Obwohl du sie verdient hast. Hier. Ich zahl ja ganz immer, aber naja. Hier, Goldstaub ist auch deine gewesen. Das war deine. Was, Goldstaub? Ja, das ist alles von dir rausgefallen. Das sind alles Sachen, die ich nicht hatte. Ähm. Ach, mein Revolver hatst du mit? Ja. Das hält noch. Ja, mein Revolver, den du hattest. Nee, das ist nie. Äh, der, der, der Heilstab fehlt. Den hab ich nie. Ach doch, doch, der liegt da. Der, der Raisensperer, der ist da. Ey, du, ich sterb gleich. Ja, das kann sein. Na, was suchst du noch? Katana? War es nicht meiner? Musst du mal gucken, wo du deinen hingetan hast. Na dann, na wenn das deins ist, dann liegt meins in der Kiste noch. Gut, ich bin auch gleich dort. Warum? Ich kann mich nicht so hin und her beamen. Oder gegen die Wand knallen. Ich bist ja voll, ich bist voll. Ey du, Sven, so schlimm ist das nie. Warte mal, ich...